Ich bin der Roland vom Hotel Annelies. Unser Hotel ist am Hochplateau der Ramsau am Dachstein. Wir sind ein wunderschönes Bike-Hotel und bieten für unsere Gäste alle Infrastrukturmaßnahmen an, was ein Bike-Hotel braucht. Wir haben vom Radkeller über die Werkstatt, über geführte Touren, über Trinkflaschen, über GPS-Geräte ist alles vorhanden. Wir sind selber begeisterte Biker und auch unsere Mitarbeiter. Sie können jederzeit um Auskunft bei uns fragen und nach einer wunderschönen Bike-Tour bieten wir Ihnen einen wunderschönen Wellnessbereich mit Infinity Pool an und Sie können den Tag wunderschön ausklingen lassen. Bis zum nächsten Mal.